Servus Leute! Heute im Test, oder sagen wir so im Vergleich, die Feier-Event 1960er D 2018 und die Funke D 2018. Mal schauen, wer besser abschneidet. So, nochmal schauen, was der Feier-Event Kuh ist. Boah, alter Schwede! Uiuiui! Aber sie sind bei Weiten lauter als die 2,17er. So. Sehr sauberen Funke im Vergleich. Und nachher mal einen Tee, ja. Das ist ein Glasfasch, das wir von Weko verlauter braunen. Uiui, aber der hat schon Sattenpasto. Bist du ein Herrisch? Obwohl wir halt immer noch so haben, es ist halt ein bisschen Unterschied. Was F2, was hat der eine? Der Feier-Event 4,2 oder? Und der hat? 4,5. 4,5. Ja, es waren eigentlich nur 0,3, gell. Na ja, schauen wir mal. So. Noch mal ein Feier-Event. So, da, da. Ja, aber die sind schon auch nicht ohne. Ist schlecht. Dann machen wir noch einen Funke, so einen Schmutzigen. Interessant, dass die so schmutzig geworden sind, ne? So viele Donerde, Wahnsinn. Normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Normalerweise immer High-End-Quality. Aha. Ja, aber du hast gesehen, du hast richtig die Donerde oben rausgekommen. Wahnsinn. Ja, sagen wir mal so, sie sind alle Bade gut. Die von Funkern sind halt ein bisschen schmutzig geworden, ne? Ja, muss eh ja eher der selber wissen, was er haben will, ne? Also, fiat denk. ...